Freunde, heute wird's ein bisschen dreckig und ein bisschen unangenehm, denn wir werden uns heute gegenseitig ins Gesicht abwerfen mit Ballons. Ja, das wird's sein, das machen wir heute, Freunde. Und ihr seht schon mit dabei, in Farbbomben-Dart haben wir einmal unseren Old Man. Und wir haben Cody dabei. Aber ihr checkt glaube ich schon, es gibt jetzt Farbbomben in Fortnite, Freunde, und Digger, Jeder, der das gesehen hat, dass die rauskommt, der wusste auch, ich mach damit Darts. Deswegen, ich würd sagen, Digger, Old Man, du fängst an, du machst deinen ersten Try. Seid ihr bereit, Digger? Ich komm direkt hinter dir, ich komm direkt hinter dir, komm. Gib mir die Kraft der Farbe. Komm, welche Farbe nimmst du? Welche Farbe nimmst du? Ich geh lila, 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 lila. Okay, ich geh orange, ich geh orange. Und... Buzi, er fliegt. Oh mein Gott, Digger. Oh, was? Ich bin orange. Die gleichen Farben bekommen, die gleichen Waffen in falschen Farben. Ah, ich seh's, ja, lol. Als drittes kommt jetzt Cody, hab ich mich. Let's go, Alter. So. Und ihr seht schon, Freunde, wir haben hier auf jeden Fall ein paar andere Dinger aufgestellt, weil hier kann man ohne zu stoppen, riesig rüber sliden. Wo ist die Farb... Oh, nina. Bruder. Ich dachte schon so, hä, wo bleibt die Farbbombe, Digger? Man sieht gar nichts. Und es ist... Das ist sogar Gold, Digger. Das ist sogar Gold, Digger. Goldene Pump, Digger. Ja, warte, 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 Bruder. Wir brauchen eine Regel, dass man ein bisschen weiter, ein bisschen früher werfen muss, Digger. Ohne Witz, Digger. Du warst schon fast unten. Egal, nimm die. Nimm die Goldene. Nimm die, gönn die. Aber ich würde sagen, Digger, wir machen das jetzt so, dass wir werfen. Sobald du den Boden nicht mehr berührst, muss man werfen. Ey, sag mal, guckt euch mal das hier an. Was? Ach, geil, Digger. Ja, guck dir das hier an, guck dir das hier an. Komm, Gizzy, voll, Digger. Mach ihn, Digger. Komm, Digger, komm. Dann geht's weiter jetzt wieder mit dem Babo. Fang an, oder? Ja, ich fang an, Digger. Ich bin der Babo. Schau mir ins Gesicht, Digger. Schau mir ins Gesicht, Digger. Du siehst doch auch in real life aus, Digger. Genau, den Black hast du auch recht, Digger. Jimmy, guck jetzt, Jimmy. Jimmy, guck jetzt. Okay, 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 komm. Ich geh mit Lila. Ich bin geworfen. Und? Ich bin mit Lila gegangen, du Idiot. Oh, hä? Wo sind die? Oder wo sind die Farben, Digger? Eine ist hier am Rand, Digger. Aber mir gehört die. Also, jetzt ist die Frage. Wer kriegt die Waffe denn? Ich würde sagen, wir müssten nochmal neu machen. Ich würde sagen, Cody kommt jetzt als erstes. Digger, anscheinend. Oh, Cody kommt schon. Oha. Warte, warte, warte. Ich geh spektiert, Bruder. Er fliegt, er wirft und es ist auf. Oh. Das sieht gar nicht gut aus. Welche Waffe ist das? Die Pistole. Und er fliegt selber nochmal runter. Nice, Digger. Okay, Jimmy, bist du bereit? Schau mal, einmal nochmal zur Sicht. Okay, Bruder. Küss mich, küss mich. Oh, Bruder, er fliegt. Nein, ich hab voll viel Speed verloren. Komm, 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 komm. Ich werfe. Und? Ich werfe da ganz vorne hin. Oh mein Gott. Oh, Gold. Gold, Digger. Was ist los, Bruder? Das stimmt doch gar nicht. Er hat hier getroffen. Was willst du mit deinem Fisch, Digger, Odomann? Er hat hier getroffen. Hä? Bruder, siehst du nicht hier? Hier. Das ist so ein Händchen, Digger. Ach so. Cody hat da orange hingeworfen, der Hund. Hä? Was hast du, Odomann? Was hast du getroffen? Äh, ich hab Farmers getroffen. Blau. Ah, okay. Bruder, ich hab's gar nicht gesehen, Digger. Ich dachte, warum dachte ich... Oh, ich... Egal. Ich dachte, Odomann wäre einfach auch orange. Ich weiß nicht, warum. So, Cody, jetzt bist du dran. Ich bin dran. Okay. Ich mach. Komm, let's go. Ich gehe wieder Spektate. Let's go. Ich werfe Lila. Und wir sehen, Cody wirft. Oh. Es ist auf. Oh. Das ist ein leeres Feld, Digger. Aber das nächste daran ist die Pump. Nee, AK, oder? Nee, nee, die Pump, Bruder. Das heißt, Cody hat jetzt zwei Pumps. Maschallah, Bruder. Viel Spaß damit. Pump up the jam. Pump it up. Find the piece and pump it. Get the feet of pumping. Yeah. Gib mir jetzt die Lila mach, Digger. Ich schieße uns an. Let's go, Digger. Komm, komm, komm. Oha, Digger. Was mach ich? Egal, Bruder. Ich werfe eh nicht. Ich werfe eh nicht, Bruder. Ich gucke diesmal nur zu. Okay. Er wirft auf. Egal. Bruder, du wirfst die ganze Zeit auf dieselbe Fläche. Nur blau. Das ist nur, vor allem das ist selbe. Ich nehme die Tag. Lass mich in Ruhe. Nein, Bruder. Wir machen das so. Wir müssen von hier aus, musst du jetzt das nochmal werfen. Aber auf Gold. Okay. Warte, hast du was? 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 Nein, nein. Nein, ich schieße dich ab. Neue Erklärung. Wir machen das so. Du darfst von hier aus werfen. Aber es muss auf blau. Oh, okay. Wenn es blau nicht trifft, kriegst du grau. Okay, okay. Deal. Das ist doch scheiße, Digga. Ja, komm. Du kannst doch da hinten hingehen, Bruder. Auf die Pump da, Digga. Auf die Pump. Ich habe schon eine Pump. Ich nehme einfach... Hier, das hier, Bruder. Das Sturmgewehr. Ey, das war unfair. Ich will das gar nicht sein. Was habe ich bekommen, Bruder? Was ist passiert, Digga? Du hast daneben geworfen, Bruder. Ich habe... Ja, ich... Hallo. Ich darf nur... Ja, mach nochmal neu. Okay. Ja, wow. Was eine dumme Sache, Digga. Okay, ich bin dran. So, Freunde. Der allerletzte Sprung von allen. Mal gucken, wie weit das Game wird, Digga. Wir ballern durch. Lauf, Digi. Und ich werfe orange, Digga. Oh, komm. Da ganz vorne hin. Es fliegt. Wie eine Atombombe. Oh, Digga. Das ist ein bisschen zu weit. Aber... Es war grün, aber zwischen... Wir haben... Ey, ey. Darf ich das Spiel auch spielen, Digga? Weil, Bruder, die habe ich schon. Ja, okay. Okay, du darfst das Spiel auch spielen. Freunde, Duplikat, Digga. Heißt, man darf das Spiel auch spielen. Haben wir ab jetzt abgemacht. Okay, 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 okay. Nein! Nein! Hallo! Okay, Freunde. Ich will sagen, wir starten so mit rein ins Battle. Du bist so dumm, Digga. Lass du Scheiß auf die... Nein, die Transition muss da sein. Okay, Freunde. Das Battle kann beginnen. Wir sind ready. Und die Zahl auf 1 geht's los. 3, 4, 5. Das ist so unlustig gewesen, Digga. Digga, die ganze Map geht kaputt. Er hat den Quad Launcher mitgenommen. Hä? Cody ist so ein Schummler, Digga. Übler Schummler. Ey, wir müssen ein Team machen. Hoffentlich verliert man alle seine... Hoffentlich verliert man alle Waffen, wenn man stirbt, Digga. Dann kann ich alle nehmen. Hoffentlich. Komm, auf Cody, auf Cody. Nice, nice, Digga. Man verliert alle seine Waffen. Nice. Und Map geht kaputt. Hä, Digga? Dart-Einstellung auf einmal komplett anders geworden seit letztem Patch. So, Digga. Meine Waffen. So, Digga. Was, Digga? Was? Gib mir deine Shotgun, Digga. Chill, oh, du Mann. Chill, chill. Ey, ey. Tschüss, Digga. Verpiss dich. Ich bin einfach unter Wasser. Unter Wasser, komm. Komm, Digga. Ah, meine Waffen sind im Wasser. Digga, hä? Voll in der geile Modus eigentlich, Bruder. Man verliert seine Waffen und so und das, was ins Wasser fällt, ist weg. Was jetzt, Odo, Mann? Hä? Ich kann einfach deine Sachen nehmen und einfach unter Wasser schmecken. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der geht feiert ab. Du musst irgendwie an meine Waffen kaufen. Ah, ich bin da oben. Meine Waffen sind da oben. Wie oft bist du gestorben? Ich hab meine ganze Waffen geklaut. Scheiße. Warte, chill. Warte, warte, Bruder. Seh dich nicht mal. Oh, stimmt, Digga. Alles gut. Warte, Bruder, warte. Hey, okay, ey. Kleiner Hund. Überraschung. Ey, ich hab doch, ey, alle haben noch ein Leben, ne? Ich glaub, ich hab noch zwei Leben. Ich hab eigentlich gar kein Leben. Dann raus mit dir, Digga. Schmutz. Nein, nein, ich hab noch ein Leben. Schmutz. Ich hab noch ein Leben. Warte, warte, warte. Sei fair, Kidman. Sei fair. Ey, ich bin auch... Ey! Nein! Ich hab da gefallen. Ey! Ey! Nein, du Hund, Digga! Alles zu Wasser, alles zu Wasser. So, jetzt. Eins gegen eins. Komm. Eins gegen eins, Digga. Jetzt, jetzt. Jeder hat ein Leben, Freunde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du warst tot? Oh mein Gott. Wegen Schmutz, Maeve? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott, hab ich mich erschreckt. Bruder, wie ich an dich angeschlichen bin. Ich hab mich richtig erschreckt. Okay, hau rein, Rudermann. High Ground. Äh, du kleiner Hund. High Ground. Warum kannst du mal... High Ground! Buh! Wie, wie, Digga. Easy, Freunde. Ich würde sagen, somit haben wir das verrückteste Start der Welt gerade gewonnen. Hau doch ab, Digga. Hau doch ab. Boah, das macht keinen Sinn. Du schläfst immer nach... Einfach Raketenwerfer explodiert, wenn er Wasser berührt, Digga. Hahaha. Ah! Okay, Freunde, würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Wird euch gefallen, dann lasst es gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns morgen wieder bei einer neuen Folge von Jürgenwasp in Fortnite. Und wir sehen uns morgen wieder bei einer neuen Folge von Jürgenwasp in Fortnite. Und wir sehen uns morgen wieder bei einer neuen Folge von Jürgenwasp in Fortnite. Und wir sehen uns morgen wieder bei einer neuen Folge von Jürgenwasp in Fortnite. Und wir sehen uns morgen wieder bei einer neuen Folge von Jürgenwasp in Fortnite.